Willkommen zu einem speziellen Video. Ich habe letztens League of Legends ja für mich wieder entdeckt und dachte mir jetzt, es wäre bestimmt eine richtig, richtig gute Idee, einen Smash-O-Pass zu League of Legends zu machen. Kleiner Disclaimer, ich bin natürlich nur oberflächlich in dem Fall. Das soll niemanden beleidigen oder sonstiges. Wenn ihr selbst mal das Ganze machen möchtet, guckt in die Beschreibung, da habe ich euch das verlinkt und dann könnt ihr mir das auch gerne zuschicken. Und jetzt viel Spaß mit meiner Smash-O-Pass-List zu allen League of Legends Champions. So, wir sind jetzt hier in der Tier-List drin. Ihr seht hier mein Maus, ihr seht hier die vier Kategorien. Pass, WTF, Smash und Smash Plus. Und hier unten seht ihr die verschiedenen Champs. Ich habe hier oben auch gleich mal aufgemacht, dass man ihn sich nochmal, vor allem ihn hier, sich nochmal genauer anschauen kann. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Aatrox ist eindeutig Pass. Ari ist... Ja... Wobei... Äh... Ja... Machen wir mal so. Bei Akali weiß, sehe ich das Gesicht nicht. Die macht Mask-Fishing, deswegen absolut Pass. Äh, Pass. Da würde ich auf jeden Fall sagen, WTF. Amumu, WTF, plus zwei. Und der Vogel, WTF, plus drei. Und Jesus Christ, Open Up, sicherlich auch nicht. FBI, Open Up! Aphelios, kommt auch in Pass. Ash, äh, da, 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 da. Ja, machen wir es so. WTF, Pass, ja, das wäre auch ein Pass. Hm, okay, so, hear me out. Das, das muss ich jetzt, der, der Sache muss ich kurz nachgehen. What? What the f- Das wäre mir eindeutig zu heiß, dementsprechend Pass. Pass, I guess? Caitlyn, absolut nach oben. Ja, Smash. Okay, ich dachte, die sieht eigentlich gar nicht so schlimm aus. Jetzt sehe ich aber hier das hier. Und das werde ich mir absolut nochmal überlegen. Deswegen Pass. Wobei, wenn es keiner sieht, wenn man nicht allein ist. Ja, wenn noch jemand dabei ist, ist es okay. What the fuck? What the fuck? Nee, Pass einfach nur. Den passen wir auch mal. Smash. Der sieht so aus, als würde er mich verkaufen, wenn ich mit ihm... Okay, der wird absolut gepasst. What the fuck? Echo. Nicht alleine. Machen wir es einfach so. Wie alt ist Echo? Kurz, das müssen wir kurz nachgucken. Hallo? Nein. Idioten. Er wurde da geboren. 18 years old. Ja, gut. 18 years ist okay, dann kann er da bleiben. Nein. Spinnenlady, da bin ich raus. Absoluter Pass. Ich weiß nicht. Irgendwie sehr giftig. Giftig stehe ich nicht drauf. Pass. Ezreal. Gleiche Kategorie wie Echo. Wenn dann nicht alleine. Fiora. Fiora. Smash. Fiss. Spaß. Weg damit. So. Sollte man es jetzt... Äh. I guess Pass. Okay, Gangplank. Dann auch absolut in die What the Fuck Kategorie, weil das wird seltsam. Der kann auch da... Äh. Der ist ein Kind. Dementsprechend. What the fuck. Pass. Pass. Smash. Pass. Heimatdinger? Lieber in die What the Fuck Kategorie. Ich sollte mich nicht... Ich sollte es nicht komisch werden lassen. Vor ihr habe ich irgendwie eher Angst, als dass ich irgendwas anderes... Deswegen hier Pass. Smash. Oh Gott. Ein Baum. Weg damit. Okay. Smash. Ja, wann der vierte. Ich meine, da könnte man bestimmt viel Geld abgreifen, oder? Ist der reich? Lichtschild-Dynastie ist ein regelmäßiges Thronerbe von Demesia. Ja, seht ihr? Thronerbe. Ja, absoluter Smash hier. Das wird sowas von gemacht. Ah, ne, warte. Nicht alleine. Ich möchte ihn in Smash reinpacken. Thronerbe. Man muss sich schon gönnen. Hey, keine What the Fuck. Chase. Hm. Lass halt mich kurz gucken. Der hat halt auch viel Geld, ne? Der hat auch zu viel Geld, dass ich den einfach hier nicht smashen. Ja, gut. Chase, Smash. Easy. Dafür den aber hier absolut in die What the Fuck Kategorie. Chings. Muss ich leider passen. Doch, doch. Da kann man mal drüber nachdenken. Smash. Kalista ist ein Pass. Äh, nicht so mein Fall. Auch Pass. Er ist nicht What the Fuck. Dankeschön. Äh, What the Fuck. What the Fuck. Ähm, Katharina. Weiß nicht. Weiß ich nicht, Digga. Smash. Äh, nee. Pass. Pass. Kale. Wie sieht Kale... Okay. Pass auf, was haben die zwei miteinander zu tun? Keine Ahnung. Wie sieht Kale ohne eine Maske aus? Weiß das jemand? Weiß... Oh. Man weiß das schon. Man weiß das schon. Okay. Okay. Alles klar. Da bin ich dabei. Ähm. Smash. Pass. Cannon. Cannon ist Milliarden Jahre alt. Deswegen What the Fuck. 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 I guess Smash? Ja. Smash. Pass. Leona. Äh, Smash. Oh, warte. Ich packe die gerade die ganze Zeit nicht alleine rein. Äh. Ich muss die alle mal kurz in Smash reinpacken. So. Ah, das wäre irgendwie seltsam. Pass. Wer bist du denn? Lissandra. Nein, die macht mir Angst. Absoluter Pass. Lucian. Pass. Pass. Lux. Hear me out. Ab nach oben. Wobei. Wartet kurz. Wartet kurz. Stop it. Get some help. Das müssen wir kurz kontrollieren. Gib mir kurz eine Sekunde. 21. Ja, dann ist alles gut. Dann kann ich die in Smash reinpacken. What the fuck. What the fuck. What the fuck. Master Yi. Pass. Missfortune. Eindeutiges. Aber wisst ihr was? Smash Plus. Und die kommt auch noch mit nach oben. Jetzt passt das Smash Plus auch noch besser. Wobei. Bei ihnen könnte man sich das auch aussenken. Weil ein Thronerbe. Viel Geld. Ja, komm. Mach mir bei Smash Plus auch noch mit rein. Das passt perfekt. Mordokaiser war irgendwie sehr seltsam. Diese gute Dame. Wie sieht denn die aus? Ich hab keine Ahnung. Morgana. Ja, hab ich Angst davor. Außerdem hab ich mit ihrer Schwester. Ist sie? Ist das ihre Schwester? Lass mich das kurz rausfinden. Morgana. Morgana und Kyle verstehen sich glaube ich nicht so gut. Oder Kaylee. Oder wie auch immer die heißt. Dementsprechend. Wenn ich Kaylee schon hab. Sollte ich das vielleicht nicht mit ihr auch noch machen. Das wäre vielleicht ein bisschen schwierig. Mit der wäre es auch ziemlich schwierig. Deswegen Pass. Na so. WTF. WTF. Oh Gott. Wie jung bist du? Ähm. Nein. Da muss ich leider auf Pass gehen. Das tut mir leid. Nidali. Nidali. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Ich würde sagen. Das packen wir einfach auf nicht alleine. Und dann bin ich zufrieden. WTF. Okay. Also. Ich hear me out. Das wäre absolut FBI. Dementsprechend. WTF. Pass. Ist da einfach ne. Ich weiß nicht. Das könnte ein bisschen schmerzhaft werden. Da muss ich leider auch passen. Tut mir leid. Da muss ich auch passen. 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 Da muss ich nicht passen. Die wird Smash. Quinn. Ist auch Smash. Quinn ist auch Smash. Ähm. Pass. WTF. 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 Äh. Nicht alleine. Nicht alleine. Machen wir einfach nicht alleine. WTF. WTF. Riven. Riven. Dich muss ich leider passen. WTF. Absoluter Pass. Äh. Äh. Samira. Samira ist auch so ein Ding. Nicht alleine. Samira ist nicht alleine. Wer kommt bitte nach Samira? Sejuani. Sejuani. Ja. 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 Ne? Smash. Seria. Senna. Senna. Ja doch. Komm. Machen wir mal auf nicht alleine. Und dann bin ich auch zufrieden. Genau. Genau. Machen wir es so. Seraphine. Kann auf Smash. Äh. Seraphine. Wie alt bist du? So. Seraphine ist Ganze. 18 Jahre alt. Alles klar. Damit bin ich zufrieden. Damit keine Probleme mehr bekommen. Wenigstens etwas. Set. Verbinde ich zu viel mit Minorex. Deswegen hier runter. Ganz schnell hier runter. Wer auch immer mit Chaco irgendwas starten möchte. Schäm dich. Shen. Seltsam. Seltsam. Keine Ahnung. Nein bitte nicht. Nein bitte nicht. Seavir. Ich weiß ja nicht. Die sieht. Ah komm. Nicht alleine. Nicht alleine. What the fuck. Sona. Ja. Sona. Smash. Warum nicht ne? Nicht alleine. Obwohl sie ein halbes Alien ist. Oder? Ist sie ein halbes Alien? Ja. Es geht schon klar. Pass. Ja. Fahne ich auch zufrieden mit Minorex. Weg damit. Die gute Tante macht mir ein bisschen Angst. Deswegen pass. Äh. WTF. Pass. I guess. Pass. Pass. WTF. 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 Pass. Twisted Fate. Nicht alleine. Wir packen jetzt Twisted Fate nicht alleine. Ich finde den immer sehr stylisch. WTF. WTF. Ziemlich auch WTF. Auch ein großes WTF. WTF. Das ist ein Pass. Die muss leider gepasst werden. Vega ist ein WTF. Dieses Auge. Okay. Ich muss sagen. Mich würde es interessieren. Was mit dem Auge abgeht. Packen wir ihn nicht alleine. Äh. Das ist ein Pass. Viego. Viego ist auch Kategorie. Äh. 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 Ja. Sehen wir mal nicht so. Ne. Wobei. Smash. Nicht Smash. Wir machen nicht alleine. Viego. Viego packen wir jetzt einmal nicht alleine. Ja. Der hat nämlich nicht so viel Geld wie Chase und der hier oben. Viktor. Viktor kommt einfach mal. Hab Viktor verloren. Wo ist Viktor hin? Viktor. Oh yeah. Viktor? Was sind Viktor jetzt verschwunden? Ich hab Viktor verloren. Wie kann man einen Viktor verlieren? Ja. Ich hab grad Viktor verloren. Aber stellt euch einfach vor, als wäre Viktor hier. So. Weil. In nicht alleine. Weil die würde wahrscheinlich selber in nicht alleine mich reinpacken. Dementsprechend passt das. Ähm. Das fände ich irgendwie ein bisschen seltsam. Genauso wie ich den Bären ein bisschen seltsam fände. Genauso wie ich Warwick ein bisschen seltsam fände. Und den Affen fände ich auch ziemlich seltsam. So. Xaha. Xaha. Wer bist du denn? Twelve seconds later. Oh. Die hat einen Freund. Okay. Da muss ich dann leider passen. Ähm. What the fuck? Pass. 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 Ah. Yon. Was finde ich denn über Yon heraus? In seiner Lebenszeit? Oh. Schwierig. Ja gut. Da muss ich dann leider sagen. Da muss ich dich leider passen. Ich hab's jetzt nicht so mit Leichen irgendwie, ne? Das ist nicht so mein Ding. What the fuck? What the fuck? Und auch du bist what the fuck? Z kommt in die Pass-Kategorie. Six in die what the f- Ne, wisst ihr was? Weil ich Six als Charakter cool finde, kommt der Rieses in Pass. Dieser Zeus-Abschnitt kommt einfach auch in Pass. Absolutes, äh, what the fuck? Weil die ist, glaub ich, vier. Und bei dir, würde ich einfach sagen, nicht alleine. Perfekt. Ich werd jetzt noch die oberste Kategorie sortieren. Das ist wahrscheinlich ziemlich gut. So, dann machen wir so. Caitlyn vorne, Ash, dann Kayl, dann Miss Fortune und dann er hier, weil er das meiste Geld hat. Genau. Äh, ja. Das war meine geile Tierlist. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst ne Bewertung da und schreibt gerne in die Kommentare, welche Smash-Off-Pass ich noch machen soll. Macht gerne eure eigene Liste, dann schickt sie mir per Twitter zu. Da heiße ich at Yunosh. Da werde ich das jetzt auch hochladen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Haut rein und tschüss. Auf Wiedersehen.